Hoch bringt hoch. Wenn Sie mit hoher Stimme mit dem Hund reden, wie zum Beispiel super. Wenn Sie laut aufgeregt, hektisch, hysterisch mit dem Hund herumschreien. Wenn Sie sich schnell hektisch bewegen. Wenn Sie die Arme hochheben, zum Beispiel weil Sie glauben, Sie können Ihr Wurstsemmel damit retten. Wenn Sie kleine Hunde ständig auf den Arm nehmen und vielleicht auch noch herumschreien und so weiter. Bringt das den gegenüberstehenden Hund hoch. Und zwar sowohl körperlich, er sprengt sie an, läuft ihnen nach, was auch immer. Als auch vokalisationsmäßig, von Winseln bis zu Kläffen. Es ist daher kontraproduktiv. Aufgeregt zu sein. Denn es bewegt genau das Gegenteil von dem, was Sie haben wollen. Der Hund denkt, oder die Hunde denken, Sie bellen mit. Dadurch werden Sie noch aufgeregter. Das Untertitelung des ZDF, 2020